Grüß dich Leute und herzlich willkommen zur heutigen Session. Diesmal möchte ich mit euch über Anspannung und Entspannung reden. Das ist eigentlich so ein bisschen die geheime Formel des Glücks. Jeder von uns braucht so ein bisschen die Herausforderung und er braucht so ein bisschen die Ruhe dann. Sonst wird irgendwann das eine oder andere irgendwie ungut und deshalb ist das ganz wichtig. Und die Gründe für Anspannung und Entspannung, die können ja sehr banal sein. Anspannung ist klar, Kinder, Arbeit, Diesel, Schiene, Entspannung auch klar, herumliegen, lesen, Gitar spülen, Zoom sitzen, vielleicht Netflixen, was weiß ich, was immer das für euch ist. Und es gibt aber auch noch ganz andere Typen, so wie zum Beispiel den Flo Grover, die da noch ein bisschen eine andere Form von Entspannung scheinbar kennen. Und was das genau ist, das werden wir uns jetzt beim Lied anschauen. Das heutige Lied, das ist gewidmet der Eva aka Schnuppenstern. Liebe Eva, ich wünsche dir ganz viel Spaß und hoffe, dass dich dieses Lied erreicht. In diesem Sinne, Flo Grover, Nogat! Lied. 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 Ja, wie geht es euch da? Ist das für euch auch eine Option? Wie ihr so schön in innerer Ruhe finden könnt? Wenn ja, dann freut mich so, dass ihr dich sehr verreift. Ich kann mir vorstellen, dass man die einfach erreichen kann und in diesem Sinne vielen Dank Ich hoffe, ihr habt auch mit dem heutigen Song einen Spaß gehabt, eine Freude gehabt. Wenn ihr spezielle Musikwünsche habt oder Ideen habt, was man da noch alles so spielen könnte, dann lasst es mich gerne wissen und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch wie immer eine fantastische Woche. Lasst es krochen, macht es gut, wir sehen uns.